Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autoforie.de. Wir testen heute ein Fahrzeug für euch, das sich elektrisch vorwärts bewegt. Und in dem Zug fassen wir gleich auch noch zusammen, wie es sich denn genau mit diesem kleinen Gefährten und überhaupt der elektrischen Mobilität leben lässt. Und zwar rede ich hierbei von unserem Testkandidaten, dem neuen Nissan Leaf. Wie immer starten wir zuerst mit dem Design. Und ja, man könnte allein schon über das Design stundenlang diskutieren und reden. Aber ich versuche mich wie immer kurz zu fassen. Es ist definitiv aussagekräftig. Das stellen wir einfach mal vorweg. Und es ist definitiv ein Design, was man entweder mag oder eben gar nicht. Was direkt an der Front im wahrsten Sinne des Wortes heraussticht, sind die Scheinwerfer. Die sind nicht nur sehr langgezogen und sehr markant, sondern sind tatsächlich auch oben kuppelförmig aufgesetzt. Man könnte jetzt denken, das Ganze ist designtechnisch sozusagen als Feature gedacht. Nein, es ist der Aerodynamik angepasst. Und genauso ist es mit diesen kleinen Hobeln hier oben, die im ersten Moment gar nicht so auffallen. Generell, alles an diesem Fahrzeug hat einen aerodynamischen Sinn. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass genau diese aerodynamischen Details auch den Look vom ganzen Wagen aus machen. Darum fasse ich das einfach mal ins Design mit rein. Hier vorne hinter dieser kleinen Klappe verbirgt sich dann nicht nur das Nissan Logo, sondern auch der eigentliche Anschluss, womit wir dann das Fahrzeug laden. Dazu aber später mehr. Wir schauen uns erst mal die Seite an. Im Gegensatz zu der Front sehen wir dann an der Seite nämlich nicht mehr ganz so viele Details, die direkt ins Auge stechen. Wir haben lediglich so ein bisschen Chrom hier an den Türgriffen, dass man so ein bisschen Design wieder aufreift. Und wir haben auch nicht sonderlich aufwendige Felgen oder gar herausstechende Felgen. Aber, was man hier sagen muss, das sind Räder, die extra leicht laufen sind. Was macht das? Natürlich spart das Energie und erhöht so die Laufleistung. Generell fällt das komplette Heck nach hinten sehr ab. Das hat natürlich auf der einen Seite ein sehr ungewöhnliches Bild, denn das kennen wir doch in dieser gewölbten Form eher selten. Aber zusammen mit diesem, nennen wir es mal, kleinen Heckspoiler hinten dran, haben wir schon wieder so einen gewissen Eyecatcher, sodass man doch irgendwie noch ein zweites Mal hingucken möchte. Hinter der Heckklappe verbirgt sich dann selbstverständlich auch hier ein Kofferraum. Dahinter verbirgt sich dann ein Kofferraumvolumen von 370 Litern. Wenn wir denn dann das Bose Soundsystem einsetzen, schwindet das Ganze um 15 Liter und wir haben nur noch 355 Liter Kofferraumvolumen. Das Kofferraumvolumen, was wir hier haben, reicht durchaus aus, um ein, zwei Boardcases mühelos reinzusetzen. Aber was wir hier haben, ist eine sehr hohe Ladekante, was zum Beispiel für schwierige Gegenstände wieder so ein bisschen umständlich ist. Eine konventionelle Motorhaube haben wir beim Nissan Leaf leider nicht. Das Einzige, was wir hier vorne öffnen können, ist die Ladeklappe. Und da sehen wir auch schon zwei Möglichkeiten. Hier einmal die Möglichkeit mit 3,3 Kilowatt zu laden, also beispielsweise an der Haussteckdose mit einem mitgebrachten, man nennt das immer ganz liebevoll Backstein. Das heißt, den steckt man einfach ein und dann lädt er relativ lange, wenn er leer ist. Und wir haben aber auch hier die Möglichkeit schnell zu laden. Das heißt, mit dem Standard Char de Mo. Und da ist, sagen wir mal, festgelegt worden, dass man 80 Prozent der Batterie innerhalb von 30 Minuten laden kann. Sagen wir mal, in Realität hängt das natürlich auch immer vom Netz ab, wie viel Saft wirklich gerade im Netz drin ist. Das heißt, bei uns zum Beispiel hat es bei einem Ladestand von knapp 25 Prozent, beziehungsweise knapp zwischen 20 und 25 Prozent, fast eine Stunde gedauert. Also das ist auch nur eine Normangabe, die man nicht immer für voll nehmen kann. Als Antrieb im Nissan Leaf haben wir hier einen Wechselstrom-Synchronmotor mit 80 kW Leistung. Das entspricht ungefähr 109 PS. Aber das Interessante und auch das Spaßige an einem Elektroauto ist, dass wir das maximale Drehmoment von 255 Newtonmeter direkt ab Drehzahl 0 haben. Das heißt, sobald wir das Gaspedal durchtreten, haben wir volles Drehmoment. Und das macht den Leaf zwar von 0 auf 100 mit 11,5 Sekunden jetzt nicht so super schnell, aber im Stadtbereich von 0 auf 50 kmh, da schlägt der so manchen Supersportwagen. In diesem speziellen Fall haben wir auch die große Batterie, das heißt 30 kWh, womit er dann theoretisch 250 km weit kommen könnte. Der normale Leaf, der darüber hinaus 25 kg leichter ist, der hat nur 24 kWh, aber der kommt dann rein theoretisch auch 200 km, was im Prinzip für diesen theoretischen Fahranteil eines Menschen pro Tag ausreichen würde. Beim Nissan Leaf, wie auch bei vielen anderen Elektrofahrzeugen, kann man die Batterie entweder direkt dazu kaufen oder auch leasen. Und ein Spezialist für Elektromobilität hat mir erklärt, dass es sich für den Privatmann eher lohnt, die Batterie zu kaufen, aber für einen Geschäftswagen, der wahrscheinlich dann eher weit, weit weniger als fünf Jahre im Fuhrpark bleibt, die Batterie nur zu leasen. Denn das macht einen enormen Preisunterschied von je nach Elektrofahrzeug von bis zu 5000 Euro. Im Leaf Platz genommen sieht man vor allen Dingen eins und zwar wenig Verspieltes, aber ich mag sowas ja immer ganz gerne, wenn alles schön clean und ordentlich gehalten ist. In Sachen Materialien haben wir hier zum einen viel Plastik, klar, das spart ja auch Gewicht, aber auch Hochglanzoberflächen, die dann wieder ein bisschen was Elegantes mit reinbringen. Und die Sitze sind tatsächlich aus Biostoffen gefertigt und zwar aus 100% nachwachsendem Rohrzucker. Wir haben hier Sitzheizung, wir haben ein vollständiges Infotainment-System und wir haben eigentlich alles, was wir ansonsten auch erwarten würden. Wie immer habe ich jetzt auch mal hinten Platz genommen und der Fahrersitz ist auf Fabians Körpergröße von circa 1,80 Meter eingestellt. Ich bin und bleibe 1,70 Meter. Direkt vorab gesagt, das Einstellen des Fahrersitzes ist nicht unbedingt für jede Körpergröße so einfach. Irgendwie den perfekten Sitz findet man nicht wirklich auf die Schnelle und auch hinten fällt direkt eins auf. Und zwar haben wir hier unten so einen Mittelsteg, der doch dann im Alltag etwas lästig ist. An sich habe ich mit meinen 1,70 Meter aber genügend Platz hier, sowohl vom Kopf her als auch im Kniebereich. Ich kann mir aber vorstellen, dass man dann, sagen wir mal, auf die 1,90 Meter zugeht, schon etwas Beklemmungen bekommen wird. Generell, wenn man in ein Elektroauto einsteigt, wie eben der Nissan Leaf, dann ist das erstmal vom Kopf ein total anderes Fahren und man stellt sich auch wirklich um. Denn man kann nicht einfach so fahren, wie man es gewohnt ist. Man fährt einfach anders, man stellt sich um. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit zwischen Eco und Normal zu wählen. Das heißt, in Eco hat er auch nur die, ich würde sagen, drei Viertel bis unter drei Viertel der Leistung. Und wenn wir diesen Eco-Knopf dann drücken, das heißt, aus dem Eco-Modus rausgehen, haben wir bei gleicher Pedalstellung eben vorher erwähnte volle Leistung. Und dann geht er auch ordentlich zügig voran. Das heißt, insbesondere im Stadtverkehr 0 bis 50 ist er extrem sportiv unterwegs. Insgesamt fährt er theoretisch 144 kmh schnell, schafft er auch eigentlich ganz gut. Natürlich wird es dann so ab 120 kmh etwas zäh, aber das ist ganz wichtig. Man kann mit diesem Elektroauto auch problemlos auf der Autobahn fahren und auch da problemlos mithalten. Gerade wenn es so, sagen wir mal, vom Stauende weggeht, sind die Leute doch beeindruckt, wie schnell man ohne Geräusch aus dem Stau rauskommt. Vom Verbrauch her ist es, naja, man muss so ein bisschen umrechnen. Also die Anzeige sagt, wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 15 kWh pro 100 km. Wir erinnern uns, die Batterie fasst 30 kWh, das heißt, wir kommen rein theoretisch mit einem durchschnittlichen Gasfuß 200 km. Aber da ist ja auch mal ein bisschen Stadt dazwischen, das heißt, da braucht man dann dementsprechend weniger Energie. Man kann mehr über die Rekuperation machen, man kann mehr rollen. Und wenn man ein bisschen umdenkt, das heißt, in 200 m eine rote Ampel sieht und dann wirklich auf diese hinzurollt, dann spart man auch einiges an Energie und natürlich ändert sich dadurch auch der Fahrstil. Oder der Fahrstil muss sich erstmal ändern, bevor man dieses Elektroauto auch dementsprechend führen kann. Die oft behandelte Reichweitenangst hatten wir jetzt im Leaf eigentlich, sagen wir mal wirklich, nie. Denn die Anzeige ist ziemlich akkurat, was die restliche Reichweite angeht. Und selbst wenn man dann, sagen wir mal, so 50 km Restreichweite dran stehen hat, dann fährt man zwar, sagen wir mal, noch ein bisschen passiver, als man ohnehin schon fährt, aber ich hatte jetzt persönlich nicht das Gefühl, dass ich jetzt plötzlich im Nirgendwo stehen bleibe. Denn man kann mit dieser Anzeige ziemlich gut arbeiten. Das heißt, wenn da 50 km steht, dann treffen diese 50 km Restreichweite auch auf den aktuellen Fahrtzustand zu. Natürlich verändern die sich, wenn man den vermeintlich schnelleren Weg über die Autobahn nimmt, wieder ein bisschen nach unten. Aber wenn man einfach damit arbeiten kann und arbeiten möchte und sich wirklich komplett darauf einstellt, dann ist Elektromobilität auch überhaupt kein Problem. Elektrisch fahren ist definitiv ein anderes Fahren, aber keinesfalls ein schlechteres Fahren. Und das fasst es für mich auch zusammen. Wir sind leiser unterwegs, das heißt, wir sind auf jeden Fall ruhiger unterwegs, wir sind passiver unterwegs. Und das nicht unbedingt, weil ich mich darauf eingestellt habe, sondern einfach, weil das Auto das einfach so hergibt. Man fühlt sich nicht so gedrängt, so zu rasen oder irgendwie aggressiv zu fahren oder den Leuten auf den Keks zu gehen, sondern man fährt einfach generell schon mal ein bisschen anders, ein bisschen sparsamer. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass wir quasi im Leaf immer ein Bäumchen bauen. Das heißt, hier in der Anzeige ist so ein Bäumchen, das dann zeigt, wie effizient bzw. wie grün wir unterwegs sind. Und das ist auch ein gewisser Anreiz, diesen Baum zu bauen. Nun aber zu dem Wichtigsten am Nissan Leaf, nämlich wie lebt es sich mit ihm im Alltag. Theoretisch hat der Nissan Leaf eine Reichweite von 250 Kilometern. Das Ganze allerdings aber nur unter so optimalen Umständen, dass es eigentlich für uns nicht erreichbar ist. Erreichbar sind aber definitiv 230 Kilometer. Wenn man bedenkt, dass der weltweite Durchschnitt der Fortbewegung eines Menschen bei 120 Kilometern liegt, klingt das doch schon sehr vielversprechend. In Deutschland liegen wir sogar bei unter 80 Kilometern am Tag. Das heißt, Nissan Leaf ist in der Theorie eigentlich ein sehr, sehr treuer und auch vollkommen ausreichender Begleiter. Das Ganze ist in der Praxis dann allerdings ein bisschen schwieriger anzusehen. Denn laden muss man das Fahrzeug im Prinzip über Nacht. Wir haben hier eine Aufladedauer von circa 8 Stunden, wenn wir das Ganze zu Hause anschließen. Da kommt dann für mich persönlich eher die Nacht in Frage oder Tage, in denen man eventuell gar nicht unterwegs ist. Es stellt sich dann aber wieder die Frage, haben wir eine freie Steckdose, die dann eventuell auf unserem eigenen Grundstück sich befindet? Besitzt überhaupt jeder ein Grundstück, wo er den Wagen sowie die Steckdose auch unbeaufsichtigt stehen lassen kann? Es gibt ja viele Menschen und dazu zähle ja auch ich, die ganz normal in einer Mietwohnung leben. Weiterhin ist das dann die Frage mit den Tankstellen, die wir in der Nähe hatten. Wir haben das Ganze jetzt über zwei Wochen getestet und ich finde, es war zum Teil sehr ernüchternd. Das einzige Problem, das wir an sich haben, ist die E-Mobilität in Deutschland an sich. Denn man kann theoretisch an jeder Tankstelle laden, die man denn möchte. Man muss aber mit jedem einzelnen Stromversorger bzw. Bereitsteller dieser Tankstelle einen eigenen Vertrag haben. Und das Ganze macht es überhaupt nicht einfach und sehr kompliziert. Wie immer zum Schluss ein kleines abschließendes Fazit zum Nissan Leaf. Dabei möchte ich ganz klar das Thema E-Mobilität in Deutschland an sich ausklammern, sondern konzentriere mich nur auf das Fahrzeug selbst. Optisch muss es einem sicherlich gefallen und es spricht auch sicherlich nicht jeden an. Wenn dem aber so ist, dann ist der Nissan Leaf auf jeden Fall einen Blick wert. Denn er hat Gadgets, die andere nicht haben und er ist sehr schön im Handling. Sowohl im Alltag als auch auf Langstrecke hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen und ist echt ein sehr angenehmes Fahrzeug. Dementsprechend, Daumen hoch! Auch wenn ein Nissan Leaf mich optisch einfach nicht so anspricht, hat er also damit einen Daumen hoch von mir bekommen. Wie sieht es da bei euch aus? Was würdet ihr diesem Fahrzeug geben? Und außerdem, wenn wir schon von Daumen sprechen, falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch einfach. Damit bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Ciao! Wenn man bedenkt, dass ein Mensch über die weltweit gesehene Deutschlandquote rudelkucken.